Das Deutsche Haus ist ein herausragendes Projekt, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut sichtbar in der Skyline von Vietnams Wirtschaftsmetropole Ho Chi Minh Stadt. Ich glaube, hier setzen wir als Deutschland ein wirkliches Zeichen. Wir engagieren uns langfristig in Vietnam. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Das ist die Botschaft und das tun wir im eigenen politischen und wirtschaftlichen Interesse und weil wir den Reformprozess in Vietnam im Rahmen unserer strategischen Partnerschaft gerne weiter begleiten möchten. Unser Dank gilt daher auch den Investoren Herrn Geicke, Herrn Putwil und Herrn Dietl. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das Deutsche Haus eine gute Investition in die Zukunft ist. Vietnam verfolgt einen entschlossenen wirtschaftlichen Reformkurs. FN treuern Sie das. Kranken militar頻 N-Trecke kommun N-Trecke Connecticut